ich habe die trails und nie so richtig verstanden maus immer wieder gerne aber gecheckt habe ich es noch nie wer wo was bringt dann haben wir eigentlich ein betrayal sheet oder haben wir nur das alte delf sheet haben wir 3.17 betrayal cheat sheet look at this das ist hervorragend das ist hervorragend wir sind so ein bisschen pilliversity jetzt importieren das ist wirklich schöne abbildung hier sieht man das betrayal board hier links hier sieht man sogar eine legende ich liebe diese abbildung ich habe mir nie habe mir die noch nie genau angeschaut weil ich weiß eigentlich was was bringt so grob was ich brauche zumindest für mich great good average and worse das ist sogar ist eine legende mit drin farblich markiert ja und transportation fortification research and intervention das sind die slots auf dem trail board die man hat natürlicherweise und da sieht man auch hier wenn man mit ihr spricht transportation fortification research intervention das ist erstmal grundlegend wichtig dass man versteht dass dieses board immer die gleiche anordnung hat und bei jedem league start sind immer die gleichen chefs hier überall drin die captains lieutenants lieutenant ja das sind die lieutenants dessen sergeants die haben keinen rang lieutenant ist rang 2 ne wie heißen die gardien damus mit equipment steht sogar ein bisschen dabei was sie bringen heißt es ist captain commander ich glaube lieutenant ist nur der dass sie zwei sterne haben sagen captain heißen die captain ist hillock captain und gleichzeitig lieutenant leader safe house leader das ist zufriedenstellen ja das ist eine gute bezeichnung also es gibt die vier verschiedene leader plus katharina die immer mastermind ist und die vier verschiedenen safe house entsprechen die sind zum start der league immer gleich und im laufe des der interaktion mit betrayal kann man die halt eben irgendwo einsperren und beziehungen schaffen die dann wiederum beeinflussen diese beziehungslinien die man hier an und aus machen kann die wiederum beeinflussen wann ein encounter oder wann ein immortal einem anderen immortal zur hilfe kommt und sich in den kampf ein mischt das sind letztendlich diese linien wann kommt der eine zum anderen so und die mehr verflechtungen desto besser ist unter dem strich meine lösung für das ganze problem ist nicht zu verstehen ja ich verstehe es nämlich auch nicht 100 prozent je mehr verflechtungen desto besser niemals all rivalries removen wenn das gefragt wird und dann hast du immer drei bis vier leute pro encounter die da kommen und die du absparten kannst und die du dann wieder verschieben kannst wie auch immer wichtig ist sich aus den aus der ganzen flut an betrayal leuten ich glaube 17 sind es oder so die paar raus zu gucken die einmal hat wirklich auch was bringen von dem man profitieren kann wie zum beispiel leo bei research einer der ganz hotten kandidaten hier research leo use currency t3 ein exalt auf t4 sogar zwei exalt die man nutzen kann da wird es interessant kriegst ein gratis exalt slam oder tora bei research für jam experience so muss man es lesen hier die safe house und hier der immortal senkrecht und entsprechend sein effekt was er oder sie einen effekt hat oder was ganz beliebt ist hillock fortification bringt amor auf bis zu 30 quality und dann ist es sechs linken leichter oder hillock auf transportation ist entsprechend quality für weapons oder quality für flasks upgrade bietsterns ist der flat sowas wird in der trade gerne gemacht um die bietsterns abzugreden solche sachen sind halt entscheidend und das kann man hier sehr sehr gut ablesen das ist auch aktuell lassen sie doch zusammen mal die in-game hilfe für betray lesen interrogate syndicate members to gain intelligence about the division safe house when the bar hits 100% rate that safe house sergeant lieutenant captain ist rang drei die relation of members in den counter effect available options members you haven't encountered yet diese farbe der linien sagt aus was das für die interaktion ist aber was die letztendlich für einen effekt hat und wie sicher dieser effekt auftritt ich kann es euch immer noch nicht sagen higher rank members are more rewarding but more dangerous und die können halt items haben das kommt noch zusätzlich dazu den effekt dieser items sieht man auch special abilities items converse special abilities wenn man hier drüber hovard und hier sieht man zum beispiel hillock hat google is army und kantas tangle explodes corpses into vines und bleed on hit und da gibt es zum beispiel auch so eine petrification statue so eine statue die einen petrified macht das heißt versteinert moin frankie grüß dich willkommen willkommen ja nice müsste ich mir als poster über den monitor hängen es reicht schon mal den link auf jeden fall abzuspeichern für alle fälle dafür oder zu wissen dass man hier auszeichen betrayal eingeben können leo und eiseling benutzen die ganz bicken crafter big dick crafter ja eiseling auf research und dann auf t4 zum beispiel wo ist sie denn eiseling welt chaos ob ne t4 0 random and add welt mod das ist halt big das ist giga chat crafting wie bekomme ich denn die t stufen t4 bekommst du wenn du mastermind abschließt während die auf rang drei sind diese ränge dass die relationship of members in den counter effect available options und dann hier higher rank members are more rewarding but more dangerous higher rank sergeant lieutenant captain captain ist t3 entsprechend das ist t2 und das t1 heißt bei leo willst du für den x-slam zum beispiel leo als captain du kannst glaube ich mehrere captains pro save aushaben mehrere mit rang drei ich bin mir aber nicht sicher aber es gibt nur ein leader immer ne und um den leader aufsteigen oder den leader zu wechseln und einen anderen aufsteigen zu lassen wird glaube ich immer der mit dem nächst höchsten rang genommen wenn du ein leader rauskickst das heißt du musst wieder entfernen und dann würde hier wenn hillock rausgeschmissen wird tora nachrücken tolle hilfe ist er eine legende sagt hat nichts über die funktion interaktion dieser sachen aus ich werde aber katharina geschrieben also passt das weder mit mastermind noch mit obermufti rinne spoiler wer für obermufti katharina der obermufti ich hab das sheet in meinem trade makro nutze ich immer wenn ich syndicate mache da ist es auch nicht praktisch solange es nicht irgendwie im weg ist oder so naja guten abend chaos elf grüß dich hallo hallo weißt du draußen blumen bildet man halt schon schon selbst wenn man nur natürliche pflanzenfasern nimmt um den zu binden aus langen halm artigen oder wie auch immer schwertlinien artigen blättern oder so irgendwas was sich da eignet voll level run jetzt ich weiß ich lass mich kurz mal urzeit checken ich muss mich noch was essen und da wollte ich noch zum nachbarn rüber ich war nämlich gestern gar nicht oben auf campus aber heute bei nachbarn habe ich auf jeden fall zugesagt dass ich da mal vorbei schaue und ich glaube so gutes timing wir haben richtig schön und saftig gestalt jetzt heute richtig schön gestalt und ich bin meiner entscheidung dass ich traps spiele wieder ein stück näher gekommen sind die nicht giftig sieht sie ich meinte jetzt auch schwertlilien gewechselt die ganze familie irgendwie so ich glaube orchideen sind giftig also das was ich fahren will muss ich als captain einstellen mit möglichst hohem rang dann katharina machen gecheckt besten dank publicity incoming ja gerne gerne hier war die mann und marka vielleicht kann ich es als kurz detail anleitung hochladen das ist tatsächlich guter guter input ja das ist auch ein sehr gutes summer t4 bekommst du nur wenn du t3 hast das heißt ein captain und dann katharina besiegen dann bekommst du den t4 effekt was ist sehr gut zusammen ja mein lieben ich glaube ich mache mir jetzt was zu essen und dann gehe ich mal bei nachbarn drüben vorbeischauen ich weiß da nicht wann man nicht morgen da bin morgen ist samstag aber ich habe schon bock mit euch zu zocken und noch mal einen ordentlichen run zu machen machen wir morgen vielleicht trapper run